Mein Name ist Julia Meier, ich bin Content Creator, erstelle Konzepte und Texte für Websites und habe einen Blog über Nachhaltigkeit und achtsames Leben namens Schrift und Herz. Bei den Europäern ist mir natürlich zuerst die Kleidung ins Auge gestochen und vor allem das Kleid im Vordergrund hat mich als Münchnerin sehr an ein Dirndl erinnert. Aber ich habe mich auch gefragt, aus welchem Land oder aus welchen Ländern die Stile und Muster wohlzukommen und vor allem welche Geschichten die Materialien erzählen, die der Künstler verwendet hat. Also was waren sie davor oder welche Botschaften bringen sie mit sich und vor allem was hat Mickey Mouse mit all dem zu tun, weil Mickey Mouse kommt doch eigentlich aus den USA oder? Und dann habe ich mir fast gleichzeitig noch Gedanken über die Rolle der EU gemacht, denn meiner Meinung nach könnten und vor allem sollten die Staaten noch viel effizienter und besser zusammenarbeiten zum Wohl von Mensch, Tier und Klima.